Hallo zusammen, ich habe euch heute einen neuen Trick mitgebracht, mit dem ihr euch die Arbeit in euren Tabellen deutlich erleichtern könnt. Und zwar schaut mal hier, hier ist eine Tabelle, dort sind Bestellungen drin von Schokomuffins, Bananenmuffins, Erdbeermuffins mit Lieferdatum, Mengepreis etc. Und jetzt möchtet ihr zwischen jede einzelne Bestellung eine Leerzeile einfügen. Das könnt ihr natürlich mühselig machen, indem ihr zwischen jede Zeile geht und sagt hier Zeile einfügen, dann geht ihr hier Zeile einfügen. Das ist bei kleinen Tabellen durchaus noch machbar, wenn ihr aber eine große Tabelle habt mit mehreren Spalten und mehreren Zeilen, dann kann es durchaus schon sehr mühselig werden. Aber da gibt es einen kleinen Trick, ich zeige euch den mal kurz. Ihr nehmt einfach hier rechts daneben eine neue Spalte, nennt sie von mir aus Hilfsspalte, so nenne ich sie jetzt einfach mal, so, eine Hilfsspalte. Ich markiere die mal gelb, damit wir sehen, wo die Hilfsspalte sich befindet. So, jetzt nummeriere ich die durch von 1 bis, also so lang wie meine Tabelle ist, ziehe die Zahl nach unten. Ihr seht, die Nummerierung wird mitgenommen. Also meine Tabelle hat zwölf Zeilen. So, jetzt nehmt ihr die gleiche Spalte nochmal, markiert hier von 1 bis 12 den Bereich mit eurer Maus, rechte Maustaste, kopieren und fügt eure Hilfsspalte direkt hier unten drunter nochmal ein. So, ich gebe dir jetzt nochmal eine andere Farbe, damit wir den Unterschied gleich sehen können. Ich mache die mal grün, so, seht ihr. Jetzt haben wir eine Hilfsspalte hier von 1 bis 12 und unten drunter nochmal von 1 bis 12. So, was wir jetzt machen ist, wir nehmen diese Spalte und lassen die sortieren nach Größe von A bis Z. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Markierung erweitern. So, und fertig. Seht ihr, was passiert ist? Die 1 und die 1 liegen jetzt direkt untereinander. Die 2 und die 2, die 3 und die 3. Und damit, mit dieser Sortierung, da die Zahlen jetzt eine Reihenfolge bilden und nicht mehr hintereinander, sondern direkt untereinander stehen, seht ihr, habt ihr ganz automatisch zwischen jeder zweiten Zeile eine neue Leerzeile. Jetzt braucht ihr eigentlich nur noch hier oben die Zellen löschen. So, und schon habt ihr eure Tabelle mit Leerzeilen gefüllt und könnt damit weiterarbeiten. Probiert es mal aus, schaut mal, wie es klappt und meldet euch einfach mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.